Hallo liebe Leute, zu Hause an euren elektronischen Endgeräten. Wir haben heute wieder ein kleines neues Video bei uns aus den Hallen von M&D Exklusiv Car Design. Wie ihr vielleicht schon hinter mir halb gut erkennen könnt, haben wir drei besondere Fahrzeuge. Wir haben sozusagen Ferrari-Wochen. Ich zeige euch das mit dem Patrick einmal, wie das Ganze hier aussieht. Wir haben drei Fahrzeuge, die wir von Ferrari zum Lackschutz bekommen haben. Zwei davon sind noch nicht fertig, eins davon ist schon fertig und wird gleich übergeben. Deswegen fehlt uns ein bisschen die Zeit, auch mal detailliert jetzt auf jedes Auto einzugehen. Der Robin mit dem Hänger wartet nämlich schon und steht da in den Startlöchern. Auto muss aufgeladen werden, wird wieder zu Ferrari gebracht, Kunde wartet auf sein Auto. Ganz besonders an der Stelle, zwei Coupés gibt es ja mittlerweile schon ein bisschen länger. Den Spyder gibt es allerdings noch nicht so lange. Das ist einer der wenigen, die jetzt nach und nach ausgeliefert werden. Und das ist ein niegelnagelneues Kundenfahrzeug, wo wir dann wie bei den anderen Fahrzeugen geplant, da aber schon gemacht haben. Die X-Pel Ultimate Plus Frontpaket heißt also, da schützen wir das Fahrzeug einmal mit Lackschutz. Die X-Pel selber ist euch wahrscheinlich bekannt, hat einen selbstheilenden Effekt. Heißt also, wenn da kleine Kratzer und so entstehen, verschwinden die auch wieder. Können wir dann nochmal im Detail vielleicht bei einem anderen Fahrzeug drauf eingehen. Bei dem einen Fahrzeug passiert genau das gleiche wie bei dem anderen. Die kriegen alle das Frontpaket. Und somit ist der Kunde dann im normalen Straßenverkehr im Grunde genommen vor den regulären Steinschlägen erstmal geschützt. Ich weiß nicht, welcher euch am besten gefällt. Einmal die schwarze Variante, dann noch in der silberblauen und ganz am Ende in einem dunklen Grauton, in einem Uniton. Was sagt ihr, was gefällt euch da am besten? Ich kann mich selber zwischen zwei Fahrzeugen nicht entscheiden. Der Spyder in der Farbe ist jetzt nicht so ganz mein Favorit. Am Ende ist es immer eine Geschmackssache. Und der Kunde hat sich den so ausgesucht, also wird dem so auch am besten gefallen. Ja, soviel zu den Ferraris. Wenn ihr Lust habt, euren Ferrari oder eure Fahrzeuge zu schützen und auch da den entsprechenden Schutz auf der Straße zu bekommen, meldet euch. Und dann seid ihr bei uns an der richtigen Stelle, dass wir euch da weiterhelfen. Ansonsten geht es gleich nochmal rum. Dann würde ich euch noch ein paar kleine Stationen zeigen, wie weit wir jetzt in dieser Woche gekommen sind. Und dann machen wir jetzt erstmal Attacke und lassen das Fahrzeug raus, sodass wir dann gleich weitermachen können.